So, ist mit dem Ding jetzt mal abgeschmiert. Hm, okay. Kannst du irgendwas verbessern? Hm, nicht wirklich. Ja, ja. Ähm... Draußen ist Finch da. Gut. Bis morgen, Grauen. Na, hat irgendwas geändert? Zugriff auf den Server. Komm, komm. Na ja, Ruhchen wurde nicht ausgeliehen. Hm, was ist das? Aber jetzt geht's eh. Zum Dingens. Und wie ist das? Irgendwas mit blauer Turm. Ah, ich bin immer noch zu schwer. Und wie ist das? Ja. So. Zielkristall ist immer noch. So. Mittel. Ah, aber speichern wir erstmal. Sicher ist sicher. Ja, geht doch alles gleich viel leichtfüßiger an. Das war... Aufgabe hier. Namenlos erschrecken. Well. Hm. Beide. Die wies. Da. Blah, 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 Blah. Der Turm des blauen Hundes. Da. Blah. Blah, Blah. Blah, Blah. 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 Sind wir schon vorbeigelaufen. Gut. Da war der Weg. Ach, da haben wir jetzt aber viel zu laufen. Ganz tolle, ganz viel. Ich, aber so weit. Wie mein? Okay, und, rauf, rauf, Junge. Das ist die Küste. Wo schießt der her? Das war doof. Das war doof. Das war doof. Das war doof. Feiglinge, Feiglinge! Feiglinge, 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 Feiglinge! Feiglinge, 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 Feiglinge! Feiglinge, 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 Feiglinge! Uff, gut, jetzt müssen wir uns rück. Ich meine Mädels, werde ich sauer. Wir können sie zwar selber helfen, aber trotzdem. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Ah, da hätten wir auch rausgekommen zu haben. Aber wir müssen weit laufen. Okay. Ich steck mal meine Arme weg. Ist immer zu empfehlen. Nun jo. Aber halt immer noch. Ja, damals wusste man halt noch, was Qualität ist. Aber heute, hm. Ähm. Das weiß ich selber, Evie. Aber jetzt könntest du ja auch ruhig vor mir gehen. Dann würde ich auf jeden Fall folgen. So. Äh, halt hier aber eigentlich mal gucken könnt, ob wir uns... Also ich kann sagen, wenn wir, wie wir da zurück sind, gucke ich mal auf meinen Hammer, ein bisschen besser im Hammer kriege. Große Hammer sind voll gut. Noch einer. Oh okay, haut mal rein. Hau mal rein. Ohi, wie willst du das nehmen? Okay. Mami wird stolz auf dich sein. So hilfsbereit wie du bist. Gut, lassen wir das jetzt. Okay, aber können wir den Apple dann irgendwie benutzen? Äh, die Apple hängen hier so rum. Gut. Muntermürte. Don't let them drag you off! Beware the happy socks! Oh no, it is the best range of our feet! We are trying! Take my fire! We are trying to get rid of them. Oops. Also, sie sind eingetötet. Snowhop! I'll draw its attention! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, wow! Oh no, we won! Danke Tee. Na, noch was? Okay, gut. Ah, jetzt haben wir den kleinen Kampf da erledigt. Wie weit ist das noch bis zum blauen Turm? Nein. Hauli. Das lohnt sich. Aber da ist, glaube ich, alles mehr Wasser, oder? Ja, ui, geht's in Blue Moon Tower? Oh ja, es geht zum Blue Moon Tower. Ah, ein Äpfel, ein Äpfelchen, den esse ich. Ah, eine schöne Gischtel. Will das einer von euch? Hast du ein Zielkristall? Ja. Ich hab einen dabei. Alter, da unten ist der Weg. Ich sehe den Hohen. Dyer Wolf! Arisen. Ich bin auf deiner Seite. Feuer, lass meinen Kinn! Der Lund. Es fehlt Feuer! Ich hab einen Platz dafür, da gibt's. So. Okay, gut. Aber ich vermute mal, es wird noch mal eine Dauern, bis ich da ankomme. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis dann, YouTube.